hallo da sind wir wieder in es mit mir dabei ist wienem kobold irgendwas alles dominik ist auch scheißegal ja ein hallo klaus peter frederick robert sandra anna reicht wieder luise wer ist der meckanuffel da meckanuffel klaus heinrich jetzt jeweils immer die namen schon wieder von kindern mal raus sonst ist unfair zwei gegen ein ich habe mich extra eingeladen okay tschüss okay ja hallo auch von meiner seite aus ja 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 und wir spielen zusammen es auf meiner lieblingskarte ich kenne sie nicht aber egal du kannst ja wohl gorilla uhr vor ach so ja doch alter für zu zweit ist sie viel zu groß ja ist witzig oder ich bin grün okay ich glaube wir sind ein bisschen zu schnell oder warum deswegen nicht gesehen ja ich dich schon ist schon und wie ich dich gesehen habe durch mein linkes fast rechtes auge was er geht denn nicht hallo kommen wir runter ich habe letztes mal meine grafik und ich dachte es liegt an der grafiker mit das heute irgendwie meine grafik hat einen schlichten tag hat oder so aber ich habe das höchste immer noch nicht und geladen und Prozent ja ist schon eine der kreis jetzt nehme ich auf mit niedrigster grafiker schön da wir nicht mal die schneidbaren zielfernrohr egal praktisch sieht schön hässlich aus und im hintergrund hören wir bei mir schätten dubstep aber was auch um im helloween-special einzig zu hören sie ist aber ich habe die ganze noch nicht mal hochgeladen aber ich bin so eine klumpel acht mit musik oder da erst vor und da oben wieder genau hier ja was hast du denn gedacht denke ich suche mir jetzt einen anderen spawn und ich mag die map nicht warum ich nur dabei so leben was schön ist weil bei baum weil es mir gerade ist kommt kommt aber hier ist hier ist eher heid und sieg das richtig oder sieg und heid was ich was ich super empfehlen kann in den bäumen zu klettern genau so wie du gerade und dabei möglichst nicht runterzufallen ich bin nur mal ein meister kletterer hat man doch wohl deutlich gesehen er hat man deutlich gesehen ich hab dich auch ganz da er in den wir uns wollen wie schlecht sehr da ich noch mal du fällst in deinem spawn runter als wieder was du nimmst jetzt mit auch wohl und das war ja auch zu stellen alles klar dann könnt ihr das video am besten aus beiden positionen angucken bietet ein video ist egal welches aber bei mir ist es auf niedrigste grafikeinstellung weil ich es vergessen habe geil oder ich hasse die map ja ich muss nicht mal suchen du kämpfst dich in dein baum er ja das ist richtig komm vorbei nein geh nicht darunter hallo jetzt wirklich doch nicht ich hab' nicht mehr nein kein bock mehr was ich weiß gleich einer so komm ein bisschen spaß bisschen spaß muss sein alter Prozent scheiße ich fall runter ich fall runter ich fall runter und ich lande im wasser oder perfekt soerekonom bietet materials im woher im woher und jetzt bitte still Wir müssen mal ein bisschen gucken Könntest du sein Wo könntest du sein Wenn du nicht sagst Das bringt gar nichts Ich seh dich trotzdem Wieso ich bin mit runtergesprungen Dir hinterher Alter, erzähl keinen Scheiß Du kommst Panikattacke Panikattacke Ich bin Slenderman Ich trimm mich nicht um Dann borde ich mich halt vor dich Ich trimm mich um Das ist aber keiner Oh, du fällst Bäume Ja Spring doch nicht so Ich seh dich nicht, deswegen Ja Aber wenn du so rumspringst dann Hilf mir das auch nicht weiter Jetzt hör auf zu springen Hm, jetzt ist er weg Hallo Oh, drei HP noch Ein geiler Schuss Nee Spitzhacke Ja 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 No Ho 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 Lol Ich werde jetzt nicht sagen Eigentlich wäre ich gestorben Die Spitzhacke wäre eine schlechte Idee gewesen Aber ja Ja Ich weiß schon Ganz schlechte Idee Warum werde ich eigentlich gerade so müde Hm Das liegt daran Sie haben nicht den Energy Drink aus dem Hause Server 247H8 getrunken Jetzt im Angebot Alter, der hat doch übelst Nebenwirkungen Sag das doch nicht im Video Doch Die Zuschauer müssen auch die Wahrheit dieses komischen Drinks erfahren Aber mit Ebola drin war es billiger Das ist der Slenderman Das ist der Slenderman Nein, also In dem Energy Drink ist gar nichts drin Ein bisschen Taurin Exorcine Nitroglycerine Margarine Ey, weißt du was wir danach aufnehmen können? Koffeine Amp Da wage ich wieder Ah, let's wage Amp Ey, die Zuschauer müssen wissen Ich bin extrem Extrem Schlechterin Macht natürlich Spaß Weil ich hier überhaupt kacke So Hm Also ich glaube die Karte war doch eine Super Wahl Denn jetzt haben wir uns glaube ich aus den Augen verloren Woll Ja Wie wär's mit einer anderen Ne Wie wär's mit Ansagen Wo du Wir nehmen schon 8 Minuten 10 auf Kann man schon so locker 15 Minuten machen Ich ja egal Ich bin an deinem Spawn Wenn ich wüsste wo der ist Äh, dein Spawn ist Oben In Auf Genau auf der Kreuzung von C2 B3 Da so Da in der Mitte Auf dem Kreuz Auf dem großen Baum Ganz oben Da spawnst du Musst du doch wohl wissen Junge Aua Ich hoffe doch die GEMA Hängt mir nicht wieder am Hals Deswegen muss ich ein bisschen rüberquatschen Und ich werde singen Singen werde ich Weil ähm Mittlerweile haben Hat die GEMA schon zwei nette Videos gesperrt Einmal AMP Und dann glaube ich noch Fuck why Auch einmal Yo Ist natürlich sehr spaßig Und wenn ich dann Musiken nochmal neu drüberlegen will Dann ist der normale Sound weg Hm Witzig Ne nicht witzig So Alter Ich will hier nicht runter Ich will nach oben spielen Oh da hab ich dich gerade gesehen Die Map wird echt nie mein Freund sein Ganz ehrlich Ja doch Zu mehreren ist sie ganz witzig Aber zu zweit Ja ist sie wirklich ein bisschen Boah was ist hier dann gefehlt Was ist die Kugel finde Ey bleib mal stehen Wow 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 Bleib stehen Bleib stehen Nein spring nicht runter Spring nicht hinunter Haha Haha Alles klar Wo bist denn denn? Bam! Alter, wie lange ich auf diesen Moment gewartet hab, ey. Ja! Ey, dein Ernst, du rennst einfach an mir vorbei, was? Du sitzt doch hier im Baum, hallo! Nein! Bist runtergefallen? Oh, bitte, sag... Ja! AJA! Ich hätte es fast geschoben... Oh, Headshot. Boah, ich mag die Map nicht, ganz ehrlich. Ich fall zehnmal runtergelegen. Egal, jetzt kommt grad mein Lieblings-Lied. Sess ist Halloween! Schön drüber labern, wenn es ist, ist es nicht. Sess ist Halloween! Sess ist Halloween! 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 Halloween, Halloween! Was für ne schlechte Sniper... Sniper, äh... Yeah! Alter, im Flug! Voller Killer, Alter! Ey, komm, ich wollte nicht mit der Spitzhacke wie Batman oder so... Iron Man! Ja, der hat natürlich eine Spitzhacke dabei, ne? Ist ja Batman, ne? Hm. Ich hab gedacht, der... Was ich bei AMP dann drüberleg, so in der Rage-Musik... What the fuck! Falsch über Attacke! Okay, ich hab aufzuschreien. Oh, aua! Das kommt von oben rechts. So, komm! Wo bist du? Los, komm von oben runter! Los, komm, komm her! Nee, komm her! Komm her! Komm her! Ich hatte dein Spawn im Blick! Da bekomme ich doch gleich Zickungen in der Hand. Zickungen oder Zickungen? Beides. Geil. Geil! Zickungen! Supergeil! Na los, komm, von oben runter. Immer diese... Scheiß Zickungen! Ja. Und das... Alles nur hervorgerufen. Von meinem Super-Energy-Drink. Mit Taurin, Exocin und Nitroglycerin und was war noch alles drin? Ebola. Kokain! Ja, und Koffein nicht zu vergessen. Davon eine ganze... Und auch noch Heroin. Steroide auch noch. Damit das Hirn nicht wächst. Genau. Und dann noch ein bisschen ein paar Weichmacher. Damit das Ganze besser den Magen runterläuft. Ein bisschen Asbest. Und Benzin und ein bisschen... Da ist sogar noch so ein kleines Streichholz in der Kappe, ne? Dann kannst du es trinken und dich dann selber anzünden damit. Ja, das ist ein Gimmick, was ich mir überlegt habe. Ja. Ist nur... Jetzt ist extra. Ja, ist... Das ist die limitierte Auflage, jetzt zu greifen. Nur noch 500.000. Ähm, das ist Gleichwerbung, ja. Alter, was erzählen wir hier gerade? Ich glaube, wir wissen nicht, was wir erzählen sollen und quatschen einfach vor und irgendwas. Ja, nee, weil es voll langweilig ist, weil wir uns nicht treffen. Ja, komm. Und? Komm, wir machen mal... Ja, komm. Ja, wir nehmen eine andere Karte. Aber sagen wir, ich habe gewonnen. Wir nehmen gerade 13 Minuten auf, wir könnten auch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Zip smart. Zip smart. Vielen Dank.